Was sind jetzt die Unterschiede von Java-Programmen zu Hamster-Programmen? Alle Java-Programme sind Klassen. Das heißt, das haben wir gerade in dem Beispiel auch gesehen, ich muss da hinschreiben, Class, Programmname oder Klassenname und innerhalb diesen geschweiften Klammern kommen jetzt meine Prozeduren beziehungsweise globale Variablen. Dabei gilt, vor Prozeduren und Funktionen muss ich immer das Schlüsselwort Static schreiben, was wir hier auch sehen, und vor globalen Variablen muss ich auch das Schlüsselwort Static aufführen. Und ganz klar, Hamster-Befehle existieren natürlich nicht. Ja, man kennt ja nicht die Befehle vor, links, um und so weiter. Vor lokalen Variablen muss man nicht dieses Static.